Berlin liegt zwei Zeiten, sie stehen unter Schock, Samra Kapi gehen auf 1, auch wenn Drake in der Woche kommt, welchen jeden scheiß Rekord mit Ansage, wir hatten Kokain und keine mit auf Bankkarte. Und plötzlich sind wir lebende Legenden, trotzdem ausverboten, nie das viel für Präsidenten. Alle kamen Blasen von den Schwänzen, weil wir waren wie ein AMG Mercedes ohne Bremsen. Die zwei Besten, die zwei Besten aller Zeiten und die ganzen Hater kamen von allen Seiten. Doch ich wusste, wir werden's allen zeigen, denn keiner von den Schwärzen kam vorbei an diesen beiden. Fick die Hater und die Kritiker, Manager wurden Politiker. Alles wurde schwieriger und das Para wurde wichtiger, denn die Villas wurden riesiger. Alles teurer und nicht billiger, so wie früher wird es nie wieder.